Juhu, es wird wieder gefeiert! Schlefatz 125. Live, online und mit euch dazugeschaltet, wenn ihr möchtet. Näher, cooler und interaktiver kann man gar nicht feiern, solange man sich noch nicht treffen darf. Also los, holt euch die Tickets und lasst es mit uns krachen. Am Samstag, dem 10. Juli bei Schlefatz 125. Alle Infos gibt es hier oder über alle bekannten Tele5, Schlefatz und Kalkofe Kanäle. Und wir versprechen euch, es wird so scheiße, aber geil. We love to Schlefatz you.